Ist die Abschaffung der Subventionen für fossilen Agrardiesel richtig? Hier ist Leben mit der Energiewende TV. Zu Gast im Studio ist Hans-Josef Fell, Präsident der Energy Watch Group. Hans-Josef, ich möchte eine Bemerkung vorneweg schicken und auch für Sie, meine Damen und Herren. Hans-Josef, ich habe viele Freunde, die Landwirte sind. Ich habe viele Freunde, die in der Landwirtschaft auch angefangen haben, sich selber mit regenerativer Energie für die Eigenversorgung auszustatten. Die haben Photovoltaik auf dem Dach, Stromspeicher und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass sie tatsächlich für die Energiewende sind. Ich weiß auch um viele wirtschaftliche Probleme und Vorschriftenprobleme, die man hat bei der Bürokratie. Und die ärgern sich über die Abschaffung der fossilen Agrardieselsubventionen. Und Hans-Josef, mir fällt es echt schwer, meinen Freunden zu sagen. Aber ich muss es jetzt einfach mal trotzdem so sagen und deshalb möchte ich auch wissen, ob das richtig ist, was ich da denke. Aus Sicht der Energiewende und des Klimaschutzes kann man nicht für eine Subventionierung fossiler Treibstoffe sein. Warum? Weil wir seit 20, 30 Jahren sagen, fossile Energie wird zu teuer und sie steht irgendwann nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Diese Situation fängt jetzt an einzutreten und die Antwort kann nicht sein, dann wird eben fossile Energie subventioniert. Deshalb kann ich nicht Ja sagen zur weiteren Subventionierung von fossilem Agrardiesel. Oder sind wir da als Energiewende und Klimaschutzbewegung zu streng? Nein, überhaupt nicht. Wir müssen insgesamt in der Welt schauen, dass wir von den fossilen Energierohstoffen, aber auch stofflichen Rohstoffen komplett wegkommen. Anders wird es keinen Klimaschutz geben. Und das hängt auch unheimlich eng mit der Landwirtschaft zusammen. Zunächst mal müssen wir die Landwirtschaft mal richtig einordnen. Wenn sie nicht da wäre, würden wir verhungern. Also wir brauchen sie. Es ist zwingend erforderlich. Aber wir brauchen sie auch so, dass wir auch in 20, 30, 40, 50 Jahren nicht verhungern. Und wenn wir sehen, was das Klima an Missernten jetzt schon erzeugt, Flutkatastrophen, die ganze Ernten zerstören, ungeheure Hagelregen, die Ernten zerstören, Dürren, auch hier bei uns in Deutschland schon, dann wissen wir, dass wir auch, um unsere Ernährung zu sichern, die Landwirtschaft dazu bringen müssen, Klimaschutz zu machen und nicht mit fossilem Agrardiesel immer weitere CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu entlassen. Genau das tut aber die Landwirtschaft zu stark und hat sich in den letzten 20 Jahren, ich will fast sagen, geweigert. Wobei es falsch ist, es gibt tolle Landwirte, die es anders gemacht haben, vorbildliche Vorreiter, aber sie sind zu wenige. Der große Bauernverband hat nicht mitgeholfen, gerade die Landmaschinen auf erneuerbare Treibstoffe umzustellen. Und da habe ich ganz, ganz lange daran gearbeitet, schon vor 20 Jahren und bin bitter enttäuscht, wie wenig da in der Landwirtschaft gekommen ist. Dabei ist das auch aus vielen anderen Gründen zwingend erforderlich. Wenn wir genau hinschauen, wie unsere Lebensmittel erzeugt werden, so spielt das Erdöl da drinnen eine massive Rolle. Nicht nur über den Kraftstoff im Traktor, auch über die Weiterverbreitung der Lebensmittel, dann über die großen Transportwege im LKW. Überall steckt Erdöl schon als Energiequelle drinnen, aber das geht noch weiter. Als Grundlage für die Düngemittel des Mineraldüngers sind die fossilen Rohstoffe tief drinnen. Und so kommt es, dass die Preise auch in der Lebensmittelerzeugung zu 30 Prozent am Erdölpreis hängen. Und so ist es kein Wunder, als jetzt mit dem russischen Aggressionskrieg plötzlich die Erdölpreise nach oben geschossen sind, dass dann die Lebensmittelpreise auch nach oben gehen. Gleichzeitig parallel, wegen Erdölpreissteigerung. Ja und beides zusammen, sagen uns die Ökonomen, das sind die haupttreibenden Kräfte, Energiepreise und Lebensmittelpreise, die die Inflation bringen. Jetzt haben wir dann die Inflation deswegen gesehen, weil auch die Landwirtschaft zu stark am fossilen abhängig ist. Und dann kriegen wir noch die Zinsen obendrauf als Inflationsbekämpfung. Jetzt werden die Investitionen enger. Und da merkt man, wenn man diese Zusammenhänge ein bisschen mehr durchleuchtet, wie fundamentfalsch es ist, an diesen fossilen Agrardieselsubventionen festzuhalten. Wir hatten vor etwa 20 Jahren, 2002 war es ja, glaube ich, habe ich mit Renate Künast, der damaligen Landwirtschaftsministerin, den ersten Pflanzenöltraktor von John Deere eingeweiht. Und tolles Gefährt. John Deere sagte mir, wir haben das jetzt zur Serienreife gebracht. Jetzt müssen nur noch Landwirte zugreifen und dies bekommen. Wir haben dann auch die reinen Biokraftstoffe steuerbefreit. Und da gab es dann auch einen gewissen Schub. Es fuhren damals tausend Traktoren auf unseren Äckern schon mit reinem Pflanzenöl. Also die Erwirtschaftung des Kraftstoffes für die Landwirte vom eigenen Acker. Unabhängigkeit der Landwirtschaft von fossilen Agrarkonzernen, von fossilen Energiekonzernen und anderen. Unabhängigkeit war schon für diese Landwirte ein Stück weit da. Und dann kam es, 2007 wurde unter der Regierung Merkel übrigens mit Unterstützung des Bauernverbandes, auf Betreiben des Mineralwirtschaftsverbandes, der Biokraftstoff besteuert und der fossile Kraftstoff entsteuert. Steuerbefreiung. Ja, da war kein ökonomischer Antreiz mehr für die Landwirte da. Sie sind alle dann wieder zurückgegangen zu ihrem fossilen Dieselkraftstoff und haben bis heute darauf beharrt, dass sie immer diese Steuerbefreiung kriegen. Ein entscheidendes Hemmnis. Und inzwischen ist ja die Technik noch weitergegangen. Wir haben nicht nur die reinen Pflanzenölkraftstoffe. Es gibt auch den Biodiesel, der ein verästerter Pflanzenöl ist. Wir können auch Wasserstoff zum Pflanzenöl dazu bringen, kriegen einen hochwertigen Kraftstoff, nennt man HVO dann. Oder man kann Bioethanol nehmen. Biogastraktoren gibt es inzwischen. Und jetzt kommen sogar die elektrisch angetriebenen mit Solarstrom. Neue Landmaschinen und tolle Entwicklungen. Alles erdölfrei, alles frei von fossilen Kraftstoffen. Und diese Entwicklung braucht jetzt natürlich das, was wir damals schon gemacht haben, nämlich eine Markteinführung. Dass diese genannten Traktoren marktreif sind, ihre Tauglichkeit bewiesen haben, hat im letzten Jahr ein umfangreiches, mehrjähriges Forschungsprojekt offengelegt von der bayerischen Staatsregierung auf den bayerischen Staatsgütern, ihren eigenen landwirtschaftlichen Unternehmen. Und die Untersuchung zeigt klar auf, diese Traktoren, diese Landmaschinen sind tauglich, sie sind sauber und sie fahren auch sehr wirtschaftlich. Man muss sie nur wirklich in den Markt bringen. Und die Unternehmen stehen da. Gerade haben wir die Grüne Woche. Da gibt es einen Stand mit fünf alternativen Traktoren, vom Elektrotraktor zum Pflanzenöltraktor und andere, die aufzeigen, dass die Technik da ist. Ich verstehe nicht, warum Bauernverbandspräsident Ruckwied sich hinstellt und weiterhin den klimazerstörenden fossilen Diesel fordert, aufrechtzuerhalten. Statt dass er sich hinstellt und sagt, kommen wir zurück, was wir schon hatten, machen wir doch die Biokraftstoffe steuerfrei. Entsteuern wir den Solarstrom für die Bauern in ihren Traktoren. Das muss erfordern, damit eben dann auch die Umstellung für die Landwirte leichter wird. Also wir erleben es jetzt, und das ist ein klassisches Beispiel, dass sehr viele Sektoren, die die Transformation hin zu erneuerbarer Energie oder fossilfreien Kraftstoffen noch nicht gemacht haben, jetzt Stück für Stück in unserer Gesellschaft in die Krise kommen. Und die Antwort kann nicht sein, wenn der Transformationsprozess nicht wirklich angegangen oder zu Ende geführt worden ist, dann muss der Staat eben bis auf alle Ewigkeiten fossile Energie subventionieren. Das kann nicht die Antwort sein. Es ist eine Krise mit Ansage und mir persönlich fällt es auch schwer, den Medien zuzustimmen, die ja wirklich auf die Seite sich des Bauernverbandes stellen. Also Hans-Josef, nicht nur bei diesen Treibstoffen. Ich habe den Bauernverband in den letzten 20 Jahren als konservative Organisation erlebt, die eigentlich an der konventionellen Landwirtschaft festhält, die keinen Transformationsprozess auch hin zu ökologischer Landwirtschaft nicht wirklich gewollt hat, nicht wirklich mitbetrieben hat. Und im Grunde genommen rächt es sich eigentlich, dass in diesen Bereichen der Transformationsprozess einfach nicht gemacht worden ist. Ja, also es ist nicht die Landwirtschaft insgesamt. Wir haben tolle Landwirte, die trotz der Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, ökonomisch biologische Landwirtschaft machen, die auf Pestizide verzichten, die ja auch ein entscheidendes Klimaproblem sind, aber nicht nur das, sondern auch unsere Biodiversität zerstören. Wir sehen einen dramatischen Rückgang der Insektenvielfalt in unserer Landschaft. Die Singvögel verschwinden aus unserer Landschaft und das ist vor allem Ergebnis einer intensiven, giftbelasteten Landwirtschaft. Also kein großes Umstellen beim Großteil der Landwirte, obwohl es welche gibt, die längst aufzeigen, wie toll man das machen kann. Das ist das eine. Und das Beharren natürlich auf dem, das war schon immer so und wir brauchen den fossilen Diesel und anders kommen wir nicht raus, birgt ja noch weitere Gefahren als nur in Anführungszeichen den Klimawandel, der uns am Ende dann Hungersnöte bereiten wird, weil die Ernten vernichtet werden und nicht mehr kommen, sondern auch die Abhängigkeit von wo kommt denn der Erdöl her, der kommt doch nicht aus Deutschland. Da sind wir abhängig von Lieferketten, abhängig von anderen Nationen und diese Abhängigkeiten, das können wir gerade sehen, können uns in noch viel schlimmere Situationen treiben. Das Erdöl kommt zu 30 Prozent aus der Golfregion, Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Iran, um nur einige zu nennen, die dort sind. 30 Prozent des Erdöls muss durch eine enge Meeresstraße, die Straße von Hornbus, die die Iraner militärisch beherrschen können, wenn sie wollen. Und wenn wir gerade ins Pulverfass nahen Osten schauen, dann wird mir Himmel Angst und bang, wenn die das wirklich tun. Die Huthi-Beschießungen von Schiffen zeigt uns ja schon auf, was da auf uns zukommen kann. Und wir haben es ja auch schon mal erlebt. Im Jahre 1972 haben uns die Obek wegen einem Krieg zwischen Israel und Palästina den Ölhahn zugedreht. Das war alles schon mal. Wir konnten sonntags gar nicht mehr Autos fahren, weil zu wenig Öl auf der Welt vorhanden war. Und das würde alles wieder passieren. Was macht denn der Bauernverband, wenn dann die Iraner wirklich das auf die Spitze treiben mit ihren verrückten undemokratischen und militärischen Regimen und die Straße von Hornbus wirklich sperren? Dann wird es Krieg geben, dann wird es mal eine ganze Weile mit Sicherheit zu wenig Erdöl geben. Dann ist der Erdölpreis bei 200 Dollar. Wird dann rückweht die Bauern auffordern, nach Teheran zu fahren mit Traktoren, um dort zu protestieren, dass sie einen billigen Erdölpreis haben? Das ist doch alles nicht tragfähig. Wir müssen schauen, dass wir uns heimisch selbst versorgen, aus der eigenen Landwirtschaft nicht nur die Lebensmittel, auch die Energie generieren. Viele Landwirte machen es ja. Sie haben Photovoltaikanlagen gebaut, sie haben Windräder auf ihren Grundstücken und haben sich auch beteiligt daran. Sie haben da richtig aktiv etwas vorangetrieben. Diesen Solarstrom nun auch benutzen und in die modernen neuen Elektro-Landwirtschaftsmaschinen zu geben, wäre richtig gut und muss auch vorangebracht werden. Aber auch die Entwicklung mit den Kraftstoffen in den ganz schweren Maschinen, da haben Sie ja recht, wenn viele sagen, Ach, Elektrotraktoren, die können nicht lang genug laufen, wie ich auf den Acker muss und die schweren Maschinen, das reicht nicht. Ja, das stimmt ein Stück weit, wird vielleicht in zehn Jahren auch sicherlich geändert werden und werden die Elektrotraktoren auch diese Kraft bringen können. Aber jetzt haben wir die Biokraftstoffe, die können das. Auch die großen schweren Maschinen bedienen, die Technik ist da. Und das Tolle ist, sie können es vom eigenen Acker machen. Und dann höre ich immer aus der Naturschutz-Ecke, nein, das geht nicht. Nachwachsende Rohstoffe für Energie nehmen, wir haben zu wenig Platz für Nahrungsmittelpflanzen. Und das würde eine Konkurrenz sein und dann würde uns der Lebensmittelpreis nach oben gehen. Es stimmt auch nicht, wenn man es richtig macht. Ich kenne Biolandwirte, die haben auf einem Acker Mischfrucht angebaut. Da ist der Leindotter drauf, das ist eine Ölpflanze, da ist die Gerste drauf und da ist die Erbse drauf. Auf diesem Acker kommt mehr Ertrag, als wenn man nur Gerste oder nur Erbse drauf bringt. Und der Leindotter bringt Öl für den Traktor und zwar mehr, als für diesen Acker zur Bewirtschaftung notwendig ist. Es muss keine Konkurrenz sein. Und dieser Mischfrucht ist auch noch hoch biodivers. Da kommen die Schmetterlinge, da kommen die Insekten. Da braucht man keine Pestizide mehr, weil sich die Pflanzen gegenseitig sehr gesund halten. Und damit eben auch Stützen und die Erträge werden einfach auch stärker gesichert. Und das schafft man übrigens dann auch noch, wenn man Photovoltaik oben drüber spannt, dann ist der Hagelschutz auch noch gegeben. Also die Lösungen sind alle da und sie könnten gemacht werden. Wir sind nicht mehr in der Steinzeit, wo man sagen muss, ach, muss ich erst alles entwickeln. Ran, kann ich nur sagen, mit der Landwirtschaft, ran mit dem Bauernverband. Und protestieren sie dafür, dass sie endlich gute Unterstützung für die Markteinführung all dieser neuen Produkte kriegen. Und nicht dafür, dass das alte Aufrechtverhalten bleibt, das uns nur in die Klimakatastrophe führt und in die Abhängigkeit weiter von fossilen Rohstoffen. Ich muss mal versuchen, meine Freundschaften zu retten, die ich in den landwirtschaftlichen Bereich hinein habe. Was ich verstehen kann an den Protesten ist, dass die, wie wir sagen, richtige Abschaffung einfach plötzlich kommt. Die kommt von heute auf morgen. Das ist genauso. Es gab hier den Energiepreisdeckel. Den fand ich auch nicht richtig, dass wir die Energiepreisbremse bekommen haben und fossile Energie für alle subventioniert wurde. Und dann verlassen die Leute sich da drauf und dann kommt plötzlich die Regierung und sagt ja nicht, den Energiepreisdeckel schaffen wir ab, weil wir ihn als Instrument falsch finden. Oder wir sagen, die Regierung sagt ja auch nicht, wir schaffen die Agrardieselsubvention, fossile Agrardieselsubvention ab, weil wir das als Element der Energiewende des Klimaschutzes falsch finden. Sondern es wird jetzt einfach aus Budgetproblemen, wird es wegrasiert und das setzt dann natürlich auch die Bauern plötzlich unter Druck sofort. Es passiert sofort. Man kann sich nicht darauf einstellen und das ist natürlich dann sicherlich eine schwierige Subvention. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja eigentlich, dass wir uns auf solche Zusagen staatlicher Subvention nicht auf Dauer verlassen können. Das kann man ja wirklich nur ganz, ganz vorübergehend. Und deshalb muss man immer wieder sagen, wer sich auf den Staat verlässt, ist verlassen und es ist einfach ein Fehler, darauf zu bauen und darauf zu setzen, dass das für alle Ewigkeiten fortgesetzt wird. Also die Plötzlichkeit, die der Staat an Maßnahmen trifft, das ist schon kontraproduktiv. Und da müsste der Staat dann eigentlich sagen, wir steigen aus dem aus, aus dem aus, aus dem aus. Er muss eigentlich einen Plan haben. Hat die Regierung ja auch nicht. Der Plan entwickelt sich mit der Gesellschaft. Und wenn gesellschaftliche Gruppen nicht bereit sind, an den großen zentralen Problemen mitzuhelfen, dann beharren sie auf dem Weiterhineintreiben in die Katastrophe. Nur mal am Beispiel Haushaltsnöte. Wir haben einen überschuldeten Haushalt. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Neuverschuldung darf nicht so sein. Einschuldenbremse muss eingehalten werden. Ich finde das gut, denn Staatsverschuldung, wenn sie überbordend ist, führt uns ja auch in Probleme. Gehen wir mal zehn Jahre zurück, als Griechenland in der schlimmsten Staatsverschuldung war, was das für schlimme Bedingungen für die Menschen in Griechenland gebracht haben. Die Renten wurden gekürzt und vieles andere mehr. Also das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass alle mithelfen, dass der Staat nicht überfordert wird. Und das hätte die Landwirtschaft, genauso wie andere Subventionsempfänger, längst wissen können. Statt eben weiter treiben und die Abhängigkeit und nur Hand aufhalten, wir wollen unsere Subventionen und die anderen, jeder ruft nur nach Subventionen. Das führt doch ins Desaster und deswegen kommt das nicht plötzlich. Seit vielen Jahren wissen wir, dass aus dem Bundeshaushalt etwa 70 Milliarden Euro an fossilen Subventionen da sind. Nur jede einzelne Gruppe, wenn dann erfährt, ach meine Subvention, da wollen sie jetzt rangehen, schreit laut auf und sagt, nein, wir nicht andere. Und so ist immer dieses Spiel und deswegen kommt das nicht plötzlich, auch nicht für die Landwirtschaft, denn die Diskussion ist uralt und sie ist lange da. Und die Nichtbereitschaft hier gesellschaftliche Probleme für das Gemeinwohl anzugehen, das ist das Problem, das wir hier haben. Wir müssen uns wirklich zusammensetzen, die großen zentralen Probleme anerkennen, den Klimawandel, die Staatsverschuldung, die Abhängigkeit von Lieferländern, die uns die Energie liefern, was alles in geopolitische Spannungen und in Kriege führt und Lösungen suchen. Und das habe ich vermisst. Und dann kommt der Eindruck, das kommt plötzlich über Nacht. Das ist nicht über Nacht, die Diskussion ist längst da. Und das Mithelfen, wie es einzelne Landwirte ja schon längst getan haben, vorbildlich gezeigt haben, wie man es macht, das hätte auch der Bauernverband und die große Menge der Landwirte auch tatsächlich machen müssen. Es wird ihnen am Ende nichts helfen, nur zu protestieren. Denn wenn der Rohölpreis weltweit nach oben geht, können sie hier protestieren, wie sie wollen. Das wird durch Proteste nicht beeinflussbar sein. Und dann fordern sie vielleicht noch, dass sie nicht nur die Steuern erniedrigt kriegen, sondern, und das hatten wir schon, die französischen Fischer zum Beispiel, 2010, als der Erdölpreis richtig oben war, haben durchgesetzt, dass sie nicht einmal den Rohölpreis zahlen müssen, sondern vom Staat auch noch Subventionen bekommen, dass dieser auch noch billiger wird für ihren Kraftstoff. Ja, wo führt denn das hin? Zur Klimazerstörung, zur Staatsverschuldung und anderem. Mein Appell ist an alle, denken Sie an die großen zentralen Fragen, helfen Sie mit, dass wir diese lösen. Und ein Protest zur Aufrechterhaltung des Agrardiesels ist das mit Sicherheit nicht. Wir sind an einem Punkt, und das haben wir ganz oft bei solchen Diskussionen, dass ich immer wieder feststelle, dass wir sehr viele verlogene Diskussionen in der Gesellschaft führen. Und hier ist eigentlich auch so ein Punkt erreicht. Also, fangen wir mal an bei Herrn Merz, ja, Oskar Lafontaine würde sagen, ist ein Pharisäer, der hat erstmal dafür gesorgt, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil mittrifft, ist ja aufgrund der CDU, das Verfahren, zustande gekommen. Jetzt kann man sagen, genau, ist richtig, wir brauchen sozusagen Disziplin im Haushalt, wir können uns nicht verschulden, bis zum geht nicht mehr. Aber dann darf sich Herr Merz auch nicht hinstellen und sagen, aber die Agrardieselsubvention muss weitergehen. Dann kann man ja wirklich nur so sagen, wie Herr Lindner, und ich bin der Letzte, der Herrn Lindner zustimmen würde, der gesagt hat, alle müssen ihren Beitrag leisten, müsste Herr Merz doch eigentlich jetzt auch sagen. Genau darum geht es. Es war ja die Union, die die Agrardieselbesteuerung, die wir schon teilweise aufgehoben hatten unter Rot-Grün, wieder vollständig geschaffen hat. Vollständige Befreiung und gleichzeitig natürlich die andere Subvention, die Steuerbefreiung für die Biokraftstoffe, für das Klimafreundliche und das Klimaschützende abgeschafft hat. So, und die Union hätte doch dann auch mal erkennen können, dass sie da einen Irrweg begangen hat und dass sie da auch ehrlich ist und zugesteht, wir waren 20 Jahre lang in einer falschen oder 15 Jahre lang auf einer falschen Politik und hätte das dann auch signalisieren können, wir müssen uns ändern. Staatsverschuldung ist ein großes Problem, haben wir ja erkannt und damit müssen alle gesellschaftlichen Gruppen mithelfen. Und nicht bei jeder, die dann ruft, aber bei uns nicht, dann sagen, ja, die haben recht. Ob das die Gastronomen sind, wenn sie jetzt plötzlich mehr wieder die normale Mehrwertsteuer zahlen müssen. Ob das die Lkw-Betreiber sind, die jetzt ja auch protestieren anfangen, weil angeblich der Spritpreis zu hoch ist. Und ob das die Landwirte sind, ob das die Automobilkonzerne sind, die immer noch für ihre Dienstwagen hohe Subventionen haben wollen, damit die Absatzmärkte für fossile Dienstwagen, die Absatzmärkte groß sind. Überall, wo wir hinschauen, sind immer die gesellschaftlichen Gruppen, die dann sagen, nein, bei mir nicht. Ja, und wie schon gesagt von der Sendung, getriggert sind diese Krise durch immer weiter steigende fossile Energiepreise. Das ist seit 30 Jahren prognostiziert. Das findet statt und das ist die Folge, dass wir uns als Gesellschaft und die einzelnen Bereiche der Gesellschaft sich auf die Transformation, auf die Energiewende nicht eingestellt haben. Bleiben wir mal bei der ehrlichen Diskussion. Was ich wenig gehört habe aus dem landwirtschaftlichen Bereich ist, dass die Bauern gesagt haben, wenn die Agrardieselsubventionen abgeschafft wird, dann gehen unsere Höfe kaputt, gehen wir pleite. Das ist weniger gesagt worden oder fast gar nicht. Hans-Josef hat eine Grafik mitgebracht, die blenden wir mal ein. Und da sehen wir zwei interessante Sachen. Erstens sehen wir, dass gerade in den letzten Jahren die Gewinne bei den Höfen ja gestiegen sind. Das kam in der öffentlichen Diskussion auch schon so ein bisschen selbst in den Medien, die für den Erhalt der Agrardieselsubventionen sich eingesetzt haben, schon so ein bisschen rüber. Dass gesagt wurde, so wirtschaftlich richtig schlecht geht es den Höfen ja im Moment nicht. Es gibt einzelne Höfe, natürlich die kleineren, die haben wirtschaftliche Probleme. Die werden dann als Beispiel häufig nach vorne geschoben und wird so der Eindruck erweckt, das wären alle mit wirtschaftlichen Problemen. Das ist in der Tat nicht der Fall. Die Gewinne pro familiäre Arbeitskraft auf den Höfen sind in den letzten Jahren verdoppelt worden. Von etwa 40.000 Euro im Jahr auf 80.000 Euro im Jahr. Das heißt, da ist doch jetzt gerade keine große Not in der Landwirtschaft. Sie hätten sogar gewisses Kapital, um die Umstellung auch selbst zu finanzieren. Viele der größeren Höfe könnten das. Ganz sicher. Und dieses zu ignorieren und nicht mitzuhelfen und den Eindruck zu erwecken, diese Abschaffung der Agrardieselsubventionen würde ihnen wirtschaftlich große Nöte bereiten, das stimmt schlicht nicht. Viele Berichte habe ich gelesen, wo dann die Bauern sagen, ja, das macht vielleicht zwei, drei, vier, fünf Prozent unseres Jahresgewinnes aus. Das ist wirklich nicht viel. Und da sollten wir auch ernst bleiben. Und an einem Punkt haben die Landwirte ja auch recht. Sie sagen ja auch ganz deutlich, wir gehen ja nicht nur wegen Agrardiesel auf die Straße, sondern wir haben die Nase voll mit den hohen Bürokratieauflagen. Ja, ich weiß, wie schlimm das ist, was Landwirte alles bezahlen bekommen und dann plötzlich Papiere hin und her wälzen. Die sitzen ja zum Teil so viel am Schreibtisch, wie sie auf den Acker müssen. Das ist ein untragbarer Zustand, völlig klar. Aber woher kommen denn die Bürokratie? Ja, die Hälfte der Einnahmen, beim einen mehr, beim anderen weniger, sind direkte staatliche Subventionen. Der Staat muss doch kontrollieren, dass das Geld, das er ausgibt, auch tatsächlich richtig angewandt ist. Ich kann doch nicht einfach als Gießkanne hingeben und sagen, ja, da kriegst du Steuergelder und wir interessieren uns nicht dafür, wo du sie für verwendest. Also es muss kontrolliert werden und schon ist die Bürokratie da, über die gejammert wird. Also Abschaffen des Agrardiesels würde heißen, die Bürokratie für den Agrardiesel fällt weg. Auch ein Aspekt, den wir betrachten müssen. Also diese Unabhängigkeit der Landwirte stärker zu befördern. Und da haben sie natürlich auch recht, die Landwirte. Das hängt sehr stark daran, wie die Verbraucherpreise sich entwickeln. Und solange wir noch das Diktat der Lebensmittelkonzerne haben mit billig, billig, dunking, dunking an der Supermarktkasse, da kommen die Landwirte nicht so alleine raus. Die Lebensmittelpreise müssen eben die Warenpreise sein. Sie müssen einkömmlich sein für die Landwirte, dass sie auch tatsächlich ihr Einkommen damit sichern können. Und da müssen strukturelle Veränderungen her. Und dann können wir es auch schaffen, die Landwirte stärker und stärker aus der Subventionsfalle herauszuholen. Und das heißt gleichzeitig auch Bürokratieabbau. Also es sind schon politische Aufgaben da. Und da müssen wir an Lebensmittelkonzerne appellieren. Heißt aber auf der anderen Seite auch wieder, dann steigen auch Lebensmittelpreise. Und diese Debatte haben wir ja auch. Dann kommen Verbraucherverbände und sagen, nein, wird zu teuer und anderes. Immer geht es um die Preise und nicht darum, wie kriegen wir das Klima geschützt? Wie kriegen wir Unabhängigkeit von Importen, die uns geopolitisch große Probleme bereiten? Und wie kriegen wir die Biodiversität in der Landschaft auch wieder hin? Ja, die richtige Diskussion wäre eigentlich, wie kriegen wir eine profitable Landwirtschaft hin, ohne die ganzen Subventionen? Die andere Grafik, die Hans-Josef mitgebracht hat, beschreibt das genau. Wir sehen also, es gibt reichlich Subventionen für die Landwirtschaft. Da macht die Agrardieselvergütung gerade mal sechs Prozent aus, also einen sehr, sehr kleinen Teil. Aber die landwirtschaftlichen Höfe sind gespickt mit Subventionen. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Punkt. Wir sehen es hier mit einem hochsubventionierten Bereich zu tun, wo man wirklich die Frage stellen muss, muss das auf Dauer so bleiben oder kriegen wir das eigentlich mal hin, dass eine Landwirtschaft auskömmlich finanziert wird? Ich habe vor vielen Jahren mal fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen einen Bericht gemacht. Die Differenz zwischen einem konventionellen Apfel in Deutschland und einem Bio-Apfel, die ist gar nicht so hoch von dem, was der Bauer kriegen muss. Aber im Vergleich zum Handel ist die Preisspanne zwischen konventionellen Apfel viel, viel größer als das bisschen, was der Bauer mitbekommt. Das heißt, das, was der Bauer bringt, was er kriegen müsste, um vernünftig ohne Subventionen zu arbeiten, das würden wir in der Gesellschaft schon organisiert bekommen. Ja, natürlich. Und auch hier, wenn wir viel mehr vernetzt denken. Wir haben eine andere Sparte in unserer Gesellschaft, wo die Kosten einfach davonlaufen und wir nicht mehr wissen, wie wir es finanzieren sollen. Das ist das gesamte Gesundheitssystem. Die Krankenhäuser. Viele gehen in den Konkurs. Wir haben zu viele Kranke. Statt Gesundheitspolitik zu machen, die die Krankheitsursachen wegnimmt und die Lebensmittel spielen da eine zentrale Rolle. Biologische Lebensmittel, die ohne Pestizide auskommen, sind wesentlich gesünder als Lebensmittel aus irgendeiner Massentierhaltung oder aus der Intensivlandwirtschaft, Pestizid belastet. Das heißt doch, wenn wir da vernünftige Preise der Landwirtschaft geben für saubere, biologisch angebaute, in artgerechter Tierhaltung erzeugte Fleischprodukte, wenn wir das alles auf den Weg bringen, dann plötzlich haben wir Entlastung. Natürlich nicht nächstes Jahr. Das ist ein Prozess, der sich über viele Jahre hinweg erst entwickeln wird. Aber dann haben wir Entlastung an der Gesundheitsfront, an den Kosten dort. Diese Zusammenhänge müssen viel deutlicher in die Debatte gebracht werden. Und da ist eigentlich auch der Gesundheitsminister gefragt, in der Debatte mal reinzugehen. Wenn es auf der Europäischen Union jetzt heißt, wir müssen die Pestizide in der Landwirtschaft zurückdrängen, Glyphosphat etwas weniger benutzen. Ich habe nichts vom Gesundheitsminister gehört, dass er mal eingegriffen hätte und gesagt hätte, ja, ich brauche das für die Gesunderhaltung unserer Menschen. Das wäre aber notwendig gewesen. So haben sich die Agrarkonzerne durchgesetzt und Glyphosphat wurde wieder auf der europäischen Ebene zugelassen. Du hast gerade gesagt, oder in der Sendung gesagt, dass viele Preissteigerungen durch die Preiserhöhungen für fossile Energie zu verantworten sind, auch gerade bei den Lebensmittelpreisen. Wir wissen aber aus den öffentlichen Diskussionen und Darstellungen, dass der Handel, auch der Lebensmittelhandel, die Preise viel stärker erhöht hat, als es eigentlich durch die Preissteigerung der fossilen Energie gerechtfertigt wäre. Da gibt es riesige Preisaufschläge, ärgern sich gerade drüber. Werden wir beim Thema gerechte Landwirtschaft irgendwann mal an die Handelsspannen der großen Lebensmittelkonzerne rangehen müssen? Das habe ich ja vorhin auch schon in den Blick gerückt. Genau da müssen wir genauer hinschauen. Zunächst mal müssen die Landwirte für eine gute, saubere Produktion der Lebensmittel auch einkömmliche Preise bekommen. Das ist ganz entscheidend. Dann sind sie auch motiviert, dieses mitzumachen. Und da muss man eben an der gesamten Kette der Lebensmittelproduktion, Verteilung, Vermarktung hinschauen. Wo sind überzogene Gewinne? Und muss dann natürlich auch gucken, ob man die zum Beispiel dann mit einer Besteuerung in den Griff kriegt oder anderen Maßnahmen. Gesetzgeber ist ja frei, so etwas dann auch zu formulieren. Jetzt eine Frage, Hans-Josef. Das ist meine letzte Frage. Die muss ich unbedingt loswerden und auf die Frage freue ich mich auch schon. Hans-Josef, wie kann das eigentlich sein, dass die Gesellschaft fürchterlich tobt und zetert und schreit und alle Politiker, wenn sich Menschen aus Sorge um das Klima auf die Straße kleben und sagen, da geht es um unser Leben, da geht es um unsere Lebensbedingungen. In Berlin werden über 4000 Verfahren gegen Klimakleber gemacht. Diese Leute werden kriminalisiert und beschimpft. Und wenn Bauern mit den Traktoren die Straßen zumachen, finden alle das richtig. Wie kann das sein? Das ist in der Tat eine ungleiche Betrachtung. Zum einen sind ja der Teil der Landwirte, die hier protestieren, es sind ja durchaus nicht alle. Sie tun es ja für Aufrechterhaltung weiterer Klimazerstörung, nämlich Nutzung des fossilen Diesels. Das ist schon mal ein nicht akzeptabler Grund. Die Klimakleber fordern Klimaschutz ein und sie kommen damit ins Gefängnis. Sie werden dann in den öffentlichen Debatten auch sehr stark angegriffen. Und sie würden das Gemeinwohl schädigen, Straßensperren und würden vielleicht sogar Krankenwagen behindern, was übrigens nie gestimmt hat. Da wurde oft etwas aufgebauscht. Ich habe Berichte bei mir in der Heimatzeitung, dass Krankenwagen durch Bauernproteste behindert wurden und nicht rechtzeitig hinkamen. Es gibt sogar einen ganz schlimmen Fall. Wir haben ja auch in Frankreich im Moment auch Bauernproteste. Aus dem gleichen Grund, die wollen auch nur einen billigen Diesel. Dort gab es sogar eine Tote. Das wird nicht groß aufgebauscht. Irgendwie finde ich da in unserer Gesellschaft eine ungleiche Debatte. Wir müssen alles daran setzen, die Klimakatastrophe noch so weit es geht zu verhindern. Und deswegen diejenigen, die dafür kämpfen, schützen, sie ernst nehmen und nicht ins Gefängnis oder vor Gericht bringen. Und diejenigen, die das Klima eben nicht schützen, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt mal, die Manager der großen fossilen Konzerne, die gehören mal angeklagt in Richtung, was sie denn an Missernten, an steigenden Meeresspiegeln, an Flutkatastrophen und anderem schon gemacht haben. Denken wir an das Ahrtal. Wie schlimm die Schäden dort sind. Und dort müssten wir endlich mal ran mit auch unseren Gerichten und mit Anklagen und weiterem. Ich habe noch einen Verdacht. Muss ich jetzt auch noch diese Sendung verlängern. Ich habe eigentlich den Verdacht, dass viele Sympathien für diese Proteste für die Bauern auch deshalb da sind, weil die Bauern etwas fordern, was eigentlich ganz, ganz viele Menschen in unserem Land auch so wollen. Nämlich, dass alles genau so in der Struktur weitergeht wie bisher. Wir leben so weiter. Wir ändern nichts. Wir müssen nichts umbauen. Kommt da die Sympathie nicht ein bisschen auch her zu sagen, tja, wenn unser altes System nicht klappt, dann muss der Staat eben alles zahlen, damit das alte System so weiterläuft. Das ist, glaube ich, eine Motivation von vielen Menschen, dass sie sagen, alles soll so weiterlaufen wie bisher. Mit Sicherheit spielt das eine Rolle. Menschen wollen wenig sich verändern, solange es ihnen gut geht. Wollen sie in diesem guten Leben auch weiterleben. Völlig verständlich möchte ich auch haben. Nur es wird es nicht sein können. Die Menschen im Ahrtal haben auch, ach, Flutkatastrophe in Pakistan. Uns wird das schon nicht treffen. Doch, hat sie getroffen. Die Katastrophe war da, Häuser zerstört, Tode hat es gegeben. Der Wiederaufbau ist bis heute noch nicht vollständig gelungen. Riesige Schäden. Wir werden nicht weitermachen können wie bisher, weil die Katastrophen immer schlimmer einschlagen. Und genau deswegen müssen sich die Menschen eigentlich in ihrer großen Anzahl ändern und müssen begreifen, ja, wir müssen alle einzeln mithelfen. Jeder für sich, dass wir keine Emissionen mehr machen, dass wir das Klima darüber schützen. Also, lassen Sie uns dafür kämpfen, dass die Bauern und Bäuerinnen bessere Bedingungen finden, um eine vernünftige Landwirtschaft organisieren und betreiben zu können. Das ist möglich. Daran wollen wir arbeiten, aber nicht uns für die Subventionierung von fossilen Diesel einzusetzen. Vielen Dank Hans-Josef Fell. Das war Leben mit der Energiewende TV. Das war Leben mit der Energiewende TV.